Der Nasdaq-Index aktuell macht nicht den besten Eindruck. Wir haben einen deutlichen Rücksetzer, wenn wir hier den Tagesschart uns angucken. Uiuiui, was ist denn da los? Schauen wir uns mal an. Ich habe jetzt hier gerade schon gesehen, oh Gott, das sind schon 2,8 Prozent zum aktuellen Stand nach unten. Finde ich aber gut und damit meine ich das überhaupt nicht böse, aber ihr wisst, dass ich übergeordnet ja immer wieder gesagt habe, irgendwie ist das hier etwas, was ich sehr, sehr korrektiv hier eben finde und dementsprechend, eigentlich wäre meine Erwartung, wir müssen noch mal tiefer, lasst uns doch noch mal einmal tiefer gehen. Jetzt hatten wir hier einen deutlichen Rücksetzer. Jetzt muss man dazu sagen, der Nasdaq hier ist allerdings nicht so schön korrektiv hier hochgegangen. Naja gut, aber jetzt haben wir wieder eine gute Voraussetzung, nämlich eine relativ steile Abwärtsbewegung und die möchte ich jetzt eigentlich nutzen, wenn diese steile Abwärtsbewegung irgendwann mal konterkariert wird von was Korrektiven nach oben. Wir hatten hier im 5-Minuten-Chart schon mal so einen Ansatz. Ihr seht, hier kam er von unten und dann hatten wir hier zugegeben sehr klein, aber zum Gucken reicht es erstmal. A, B, C. Das ist die schwache Richtung und klassisch ist, wenn er das tief durchstößt, dass sich das noch mal fortsetzt. Ich mag das, wenn es ein bisschen ausgeprägter ist, wenn es vielleicht ein bisschen höher noch gegangen wäre, aber das Grundsätzliche, der Tenor dieser Geschichte ist, starke Richtung runter, wackelige Bewegung nach oben und entsprechend die Fortsetzung weiterhin nach unten. Also so ist in etwa die Aussicht, die ich da ganz gerne eigentlich sehe. So, also jetzt weiter abwärts. Sollen wir jetzt noch shorten? Na, ich würde für so eine Situation gerne sehen, dass er nochmal irgendwie hochkommt, um dann diese Gelegenheiten zu nutzen für neue Shorts. Wir haben das hier im ganz Kleinen immer wieder mal. Da muss man aber schon wirklich sehr genau hingucken. Macht das mal in groß. Ich würde es gerne in groß. Da haben wir es in groß. Ich wollte gerade sagen, er ärgert mich hier. Das könnte hier vielleicht schon so eine Situation werden, die sich hier andeutet. Ja, stellt euch vor, wir haben da sowas in dieser Richtung. Man kann das größenmäßig vielleicht so ein bisschen versuchen einzuordnen. Guckt mal, wie groß diese Korrekturgröße war. Die war von da nach hier. So vergleichen wir das immer. Und dann sehen wir schon, guck mal, die Höhe ist die gleiche. Von da nach da die Höhe ist die gleiche wie die Höhe von hier nach da. Das heißt, eigentlich wäre entweder das, also eins dieser letzten Zwischentiefs schon ein möglicher Trigger. Ich muss aber zugeben, wenn das auf gleicher Höhe nahezu ist wie das, finde ich das nicht so gut. Ich weiß, ich bin immer am rummaulen. Aber für einen Trade mag ich es gerne, wenn es schön ist. Aber wenn es halt nicht so schön aussieht, dann lasse ich den Trade eher weg. Tendenziell, trotz alledem, auch das, was wir hier sehen, reizt eher für die Abwärtsseite aktuell. Für die Long-Seite würde ich mich erst wieder begeistern und dann allerdings auch sehr gerne, wenn wir mal eine starke Aufwärtsbewegung, also sowas bekommen. Also nicht so einen wackeligen Krempel, wie wir es hier hatten beispielsweise oder hier auch jetzt dreiwellig. Ich habe es jetzt schlecht gezeichnet. Schaut es euch selber mal an. Das ist alles korrektive Muster. Dreiwellig oder irgendwie sowas mehrfach überschneidend in die andere Richtung ist nicht die richtige Trendrichtung. Aber wenn wir das umgekehrte Muster, nämlich Schub nach oben und Korrektiv nach unten hätten, dann wäre ich wieder für die Long-Seite bereit und zwar für die Länge der ersten Welle da hinten nochmal. Also daran könnt ihr sehen in etwa, wo wir uns daran orientieren. Das fände ich eigentlich gut, aber das müsste er erst noch machen und vorläufig, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir die Abwärtsrichtung eigentlich ganz gut. Und das müsste beim S&P ziemlich ähnlich sein, denn beim S&P hatten wir diese starke Abwärtsrichtung, diese eigentlich doch sehr korrektive Aufwärtsrichtung und eine mögliche Short-Idee wäre, wenn man hier unten drunter dieses Tief, das ist das Tief vom 19. Januar nachmittags, das wäre ein möglicher Short. Das müsste ich jetzt ein bisschen genauer erklären, warum ich das nicht 100% toll finde. Das liegt daran, dass diese Bewegung, nicht das, was ich jetzt gezeichnet habe, dass diese Bewegung hier knapp nicht überschneidend ist. Das heißt, diesen Short-Trigger finde ich nur dann gut, wenn er wirklich dynamisch runtergeht dahin und jetzt dann nicht anfängt, hier besonders wackelig zu sein. Trotz alledem, ihr könnt das als mindestens mal eine Frühindikation oder als einen, sagen wir mal, sehr sanften, richtungsweisenden Erinnerungsfingerzeig nehmen, dass der Kurs, wenn er das hier durchstößt, eine durchaus realistische Chance hat, das, was wir hier vorne schon mal gesehen haben, dahinten noch mal zu wiederholen. Und dann wären wir bei 3670 hier irgendwie, oder ich glaube sogar drunter, ich habe hier ein klein bisschen zu kurz gezeigt. Komm, das machen wir noch mal einmal richtig. Ich mache es noch mal in groß. Was hat er gemacht? Höchster Punkt? Der da. Tiefster Punkt? Der da. Aktuell höchster Punkt? Der da. Das heißt, eine Möglichkeit ist, wenn wir dieses Tief, da machen wir es hier auch noch gleich ganz optisch richtig, dieses Tief hier am Nachmittag vom 19., wenn wir das nach unten durchstoßen, dass wir dann eine realistische Chance haben mit Target hier auf der 100%-Marke, also eine Bewegung, die noch ein gutes Stück weiter geht. Ich halte das nicht für abwegig. Wie gesagt, die Aufwärtsseite ist latent, nicht überschneidend oder gerade so eben, da kann man sich ein bisschen drüber streiten. Wenn das aber schön dynamisch bleibt und oder sogar hier im Kleinen noch mal so eine Korrektur, also das, was wir hier im Großen haben hier als Bewegung, wenn wir das hier im Kleinen kriegen, hätten wir hier auch noch mal einen kleineren Einstieg für die Short-Seite, aber alles würde durchaus eine realistische Chance bieten, 3670, irgendwie was in diese Richtung halte ich für nicht abwegig. Und damit sind wir, wie immer, wie immer ist falsch, aber wie häufig in der letzten Zeit, was den S&P 500 angeht und was den Nasdaq angeht, in der gleichen Richtung unterwegs. Ja, und der Dow? Ja, der Dow ist, was das angeht, vielleicht ein klein bisschen anders aufgestellt. Auch der geht zwar im Moment nach unten, ist vom übergeordneten Bild ein bisschen anders, aber die Abwärtsrichtung, die wir hier haben, ist ja ähnlich verheißungsvoll. Auch hier hatten wir das, dreiwellig hoch, noch mal die Abwärtsseite, wackele ich vielleicht irgendwann mal hoch und runter. Anschließend noch mal, und ihr erinnert euch, das ist jetzt nichts Neues, die meisten sagen, hier kennen wir alles schon. Richtig, das ist das Bild, was wir hier übergeordnet gezeichnet haben. Lasst den doch gerne mal auf 32.000 noch mal runterkommen. Möglicherweise ist das, was wir hier jetzt gerade in Entwicklung sehen, genau der Anfang dieser Bewegung. Achtet drauf, dass ihr korrektive Aufwärtsbewegung gerne nutzt für weitere Shorts. Finde ich eine ganz coole Geschichte, also dementsprechend das gerne im Hinterkopf behalten. So, dann machen wir zum Abschluss noch den DAX, da sehe ich es ein bisschen ähnlich. Na, das passt ja super, wenn der jetzt nicht komplett anders unterwegs ist, denn die letzte starke Bewegungsrichtung ist hier im 15-Minuten-Chart beim DAX-Index stark nach unten. Und diese Aufwärtsbewegung, überlegt ihr euch selber, ob ihr die eher korrektiv oder impulsiv findet. Naja, ich will es euch ein bisschen erleichtern. So, 100% weiß man es nicht, weil diese Korrektur und diese Korrektur nicht überschneidend sind und blöderweise die Abwärtsseite ganz schön viel Überschneidung hat. Eigentlich würde ich im Übergeordneten das am liebsten sehen, aber dieser Nahkampf-Chart lässt mich ein bisschen struggeln. Was heißt das? Keine Ahnung. Und wenn ich keine Ahnung habe, mache ich hier nichts. Das heißt ja nicht, dass man faul den Nachmittag rumsitzen muss, aber dann ist der Fokus halt in dem Fall eher auf den amerikanischen Märkten, wo sich das Bild ein bisschen klarer auflöst, wenn die entsprechenden Trigger-Marken erreicht sind. Ich hoffe, dass ich euch damit die Augen auf die wichtigsten Stellen gerichtet habe, sodass ihr vielleicht auch mit eigenen Augen erkennt, an welchen ihr da aktiv sein solltet. Wenn ihr das dann wollt, denkt da dran, Schub ist die starke Richtung, korrektiv, dreiwellig oder mit Kursüberschneidung ist die falsche Richtung, wartet auf den Trigger, um dann den Einstieg zu finden, um endlich dann reinzukommen, wenn ihr das denn möchtet. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das richtig einrichten könnt. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns in Belde wieder. Bis dahin. Toi, toi, toi. Toi, toi. Untertitelung des ZDF, 2020